Yo Leute, was geht ab? Simon zockt mal wieder eine Runde GTA 5 Custom Map und bei mir sieht man eindeutig meine eigenen Fahrzeuge, also du kannst die getunten Sachen nehmen. Bei mir ist aber mein Zentor nicht dabei. Ich nehme den Komet auf jeden Fall. Ich muss das Auto nehmen, Alter. Ich habe jetzt irgendein Auto ausgewählt, weil ich mein Zentor nicht gefunden habe. Mit dem Cabrio fährt er. Digga, ich wollte meinen Zentor auswählen, aber nee, ich habe meinen Zentor nicht gefunden. Das ist eine Rallye, ne? Oh nein. Ach du Scheiße. Was ist das für eine Karre? Digga, ich bin so schnell, Alter. Ich bin so schnell. Wo bist denn du bitte? Ja Digga, ich bin so schnell. Und ich kann keine Kurve fahren. Oh. Junge, ich bin so hart. Ich bin jetzt schon beim Tunnel. Ich auch. Nicht, nicht. Ich habe mich bedreht. Die Karre ist so schnell, aber... Und hier ist die Schwier... hier beginnt die spiel ist schwierigste heißt ich weiß die habe ich schon fertig gespielt ich nicht ach komm leute erst ja ich bin hier gerade raus geflogen frontal einfach hier ist dieses auto ist nicht für gelände gemacht das ist so hart weg einmal falsch kurz einmal falsch lenkt also meine stelle naja du bist ja sonst so ein skiller pro also eigentlich müsst du nie einen fehler machen alle fresse fettes gesagt oder überschlägt er sich genauso wie ich ich war nur auf der seite gestanden bist du ein achten weil der erst wieder mit schießen die gabe schock aus tschüss wo bist du denn hingefahren wo kein erster ich hab den punkt du hast ja auch ein orange ziemlich verarscht warum vielleicht eine patrone in die fresse alter das wenig ja ich überdrehe ja warum hast du denn ausgewählt ich wollte es ja nicht mehr auswählen ich komme aus dem tor faktisch schaut scheiße aus für mich ich denke ich ziehe ich noch nicht sagen ja verkackt anfahren ich weiß aber ich weiß ja wo es ziel ist ja ich du kannst nicht überholt nein danke damit hätte ich gewonnen würde ich sagen ich ziehe ich gleich oder wie gleich gleich nein 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 oh du hast auch nen Fehler gemacht geil geil ja auch geil ne nein nein ich bin drin nice du Hure alter wieso wieso was sind das für drecks maps alter ich muss mit einem geilen auto fahren ich muss mit einem dreckigen billigwagen so leider ich habe mich umentschieden wir machen jetzt schon das folgende drückt den daumen nach oben wenn es euch gefallen hat schaut beim nächsten mal wieder rein abonnieren kanal und dann bis dahin ciao wieso wie Vielen Dank.